Musik Mein Name ist Nikolina Marosch, ich komme aus Tirol, aus Österreich. Wir spielen da Volleyball bei den kroatischen Olympischen Spielen. Wir haben bis jetzt zwei Spiele gehabt, gegen Argentinien und gegen Zagreb. Das waren wirklich zwei super Spiele, weil wir aus anderen Ländern alle Spielerinnen gesehen haben und gesehen haben, wie sie so wollen bei Spielen. Es gefällt uns wirklich super, es ist eine super Organisation und wir freuen uns hier weiterhin mitzuspielen und in den nächsten vier Jahren werden wir wieder teilnehmen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in Zagreb sind. Das ist super, es ist ein guter, es ist ein guter, es ist ein guter, es ist ein guter. Es ist ein guter, es ist ein guter, es ist ein guter. Das ist ein guter, es ist ein guter. Untertitelung des ZDF, 2020